Soll ich Sie noch zum Auto begleiten? Findest du das cool vor deinen Mitschülern oder was? Willst du noch Handschein angedeckt kriegen? Ist ja gut, tut mir leid. Auf Wiedersehen, mein Junge. Herr Klingenberg, der riesige Schwerverbrecher. Geht es dir gut? Was haben die Polizisten gesagt? Die haben nur einige Fragen über Chick gefragt. Willst du darüber reden? Gerade nicht. Warte, Mike. Du kannst mir vertrauen. Ich erzähle es niemandem weiter. Gerade nicht. Ich treffe mich jetzt mit Isa.